Hallo liebe Augsburger und willkommen zum Sport Adventskalender 2020. Wir bei der TSG Hochzoll haben eine ganz große Sparte mit Rope Skipping bei uns. Das ist das perfekte Ganzkörper, Koordinations- und Konditionstraining und ich zeige euch heute mal ein paar Übungen. Alles was ihr braucht ist ein Springseil und dann geht's los. Wir werden ungefähr zehn Minuten zusammen kriegen am Ende. Als erstes aufwärmen. Ihr springt insgesamt drei Minuten einfach mal durchgehend ein. Wem vorwärts zu einfach ist, kann natürlich zwischendurch auch rückwärts springen. Habt ihr diese drei Minuten Warm-up geschafft, geht's weiter mit ein paar Tricks. Das erste ist, ihr versucht mal die Arme zu überkreuzen oder die Beine zu grätschen während ihr springt. Wem das zu langweilig und zu einfach ist, der versucht mal einen Arm unter das Bein und einen Arm über das Bein zu nehmen, wenn ihr kreuzt. Und wer zum Abschluss noch ein bisschen Power braucht, der versucht doppelt oder sogar dreifach durchseitig zu springen bei einem Sprung. So, jetzt könnt ihr üben. Das war's von eurer TSG Hochzeug. Viel Spaß und haut rein! Tschüss raus! sensors kalier夫 bei